Und dem Klubobmann der Wiener Freiheitlichen, Maximilian Kraus. Das Thema heute ist die Bildungsmisere in Wien und ich darf den Herrn Landesparteiabmann bitten zu beginnen. Herzlichen Dank. Danke, meine sehr geehrten Damen und Herren, fürs Kommen und für das Interesse. Wie Sie ja wissen, ist der Regierungsbildungsprozess der Verliererparteien jetzt ja langsam in die Gänge gekommen. Vorher hat sich noch der Herr Nehammer und die anderen Parteichefs anscheinend noch eine Woche Urlaub gegönnt. Also so eilig dürfen sie es nicht gehabt haben. Aber dennoch haben sie sich jetzt getroffen. Es kommt in die Gänge, aber dass dort etwas Produktives abgeliefert wird, davon gehe ich persönlich nicht aus. Ein wichtiges Thema, um das sich die Bundesregierung kümmern müsste, wäre vor allem auch in Wien der Bildungsbereich, wo Akzente gesetzt werden müssen. Den Bildungsbereich bedeutet schließlich auch der Bereich, der die Zukunft unserer Kinder betrifft und auch dann auch maßgeblich die Zukunft beeinflusst. Es wird Ihnen nicht neu sein, es pfeifen ja schon die Spatzen von den Dächern, dass als neuer Bildungsminister der jetzige Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr in diese Koalition der Verlierer einziehen soll. Und das ist auch notwendig, gleich von Anfang an auch eine Bilanz zu ziehen und über seine Leistungen der letzten Jahre hier in Wien. Und man kann das auch in einem Satz zusammenfassen, nämlich, dass es derart verheerende Zustände in den Wiener Kindergärten, aber auch im Wiener Pflichtschulbereich, es in Wien noch nie gegeben hat. Und ich kann Ihnen da auch ein paar Beispiele kurz nennen. Der Klubobmann Maximilian Kraus wird da noch tiefer darauf eingehen. Aber nur kurz zusammengefasst, also in den Wiener Kindergärten fehlen hunderte Pädagogen. Wir haben viele außerordentliche Schüler in den Volksschulen, die dem Unterricht nicht folgen können, weil sie die Sprache nicht können. Wir haben 70 Prozent aller Pflichtschüler in Wien, die nicht Deutsch sprechen als Umgangssprache. Wir müssen wieder Containerklassen aufstellen auf Sportplätzen, mit der Folge, dass die Kinder nicht mehr ausreichend Sport betreiben können, weil eben die Möglichkeit des Sportplatzes weggefallen ist. Wir haben Lehrer und Lehrerinnen, die verständlicherweise völlig überlastet und verzweifelt sind, weil sie auch mit diesen Zuständen, die hier Wiederkehr verursacht hat in den Schulen, auch nicht mehr zurechtkommen können und warten dann auch noch zusätzlich jahrelang auf einen Dienstvertrag und auf Anrechnungen der Vordienstzeiten. In den Wiener Volksschulen, aktuelle Zahlen, gibt es 15 Prozent der Volksschüler, die als außerordentlich geführt werden. In den ersten Klassensinne sogar 35 Prozent der Erstklässler, die eben Deutsch so wenig können, beziehungsweise gar nicht können, dass sie dem Unterricht nicht folgen können. Und das Erschreckende daran ist, dass die Hälfte dieser Kinder, die jetzt in den ersten Klassen sitzen, schon bereits in Österreich geboren sind. Das heißt, die sind hier geboren, sind hier aufgewachsen und kommen dann im sechsten Lebensjahr in die Schulen und können immer noch nicht Deutsch. Und das ist ein Versagen im Integrationsbereich vom Bürgermeister Ludwig und vom Stadtrat Wiederkehr. Und deswegen haben wir hier einen ganz konkreten Vorschlag, der neu ist, weil man hier schon im Kleinkinderalter ansetzen muss. Und zwar fordern wir ein verpflichtendes Wiener Sprachscreening im Alter von drei Jahren. Wie schaut das aus? Kinder müssen getestet werden mit drei Jahren, ob sie ausreichend Deutsch der Entwicklungsstufe können. Denn wenn nicht, haben wir eben das Problem, dass man das im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr nicht mehr auffangen kann und dann die Kinder mit nicht genügend deutscher Sprachkenntnis dann in der ersten Klasse sitzen. Das heißt, wir wollen im Alter von drei Jahren das Wiener Sprachscreening einführen, wo geschaut wird, sind genügend Deutschkenntnisse dem Entwicklungsstand entsprechend vorhanden. Wenn nicht, gibt es verpflichtende Deutschkurse, auch gemeinsam mit den Eltern, weil man die auch in die Pflicht nehmen muss. Und wenn es hier beharrliche Integrationsverweigerung gibt, muss es auch Konsequenzen geben für die Eltern, nämlich zum Beispiel die Streichung von Sozialleistungen. Denn es kann nicht sein, dass gerade in Wien man sechs Jahre lang lebt und nicht genügend Deutsch kann, um dem Unterricht in der ersten Klasse zu folgen. Weiters muss man auch anknüpfen im verpflichtenden Kindergartenjahr, das verlangen wir hier und da bleiben wir auch beharrlich auf unserem Standpunkt, dass es auch hier im Kindergarten eine Deutschpflicht als Umgangssprache geben soll. Das, was jetzt herangebildet wird durch Bürgermeister Ludwig und durch Stadtratwiederkehr, wenn wir da nicht aufpassen, kommt es zu einer verlorenen Generation, die nicht fähig sind, sich über die Zeit hinweg dann auch nach der Pflichtschule sich ausreichend zu verständigen, geschweige denn, einen Arbeitsplatz zu finden. Und das ist ein besonderes Versagen von den Neos, weil als Neos auch gegründet wurden, damals noch unter Matthias Stolz, aber diese Philosophie hat sich ja durchgesetzt, wollte auch Stadtratwiederkehr in seiner Antrittsrede allen Kindern die Flügel heben. In Wirklichkeit hat er den Kindern Flügeln aus Beton umgehängt, die die Kinder immer mehr hinuntergezogen haben, anstatt sie durchstarten zu lassen und abheben zu lassen. Und eines sage ich auch hier ganz klar und deutlich, diese Wiener Bildungsmisere, dieses Bildungsdesaster, darf sich nicht auf ganz Österreich ausbreiten. Das heißt, Wiederkehr hier als Bildungsminister im Gespräch zu halten, ist eine gefährliche Drohung für alle Schüler, Lehrer und Eltern in Österreich. Und da kommen wir jetzt zur Verantwortung der ÖVP. Die ÖVP Wien hat damals noch mit Karl Mara und Klubobmann Wölbic am 27.01.2023 einen Misstrauensantrag gegen Christoph Wiederkehr eingebracht und haben ihm dort systematisches Versagen in allen Bereichen vorgeworfen. Ich habe mir das Protokoll der Reden rausgesucht und wörtlich hat Karl Mara gesagt, er, also Wiederkehr, sollte dringend Konsequenzen aus seiner offensichtlichen Überforderung mit seinem Amt ziehen. Die Wienerinnen und Wiener verdienen sich eine verantwortungsvolle Führung dieses für die Zukunft der Stadt so wichtigen Ressorts. Und in diesem Satz gebe ich Karl Mara recht. Es ist wichtig für die Stadt, dass in diesem Ressort endlich eine fähige Person dann dort auch herrscht. Aber umso mehr verstehe ich jetzt nicht, warum die ÖVP Wien und Karl Mara hier kein Veto einlegen, dass Christoph Wiederkehr eben nicht Bildungsminister werden kann. Denn wenn man schon in Wien, Christoph Wiederkehr, das Misstrauen ausgesprochen hat, dann muss das ja auch für den Rest des Bundesgebietes gelten. Das heißt, den Schaden, den er hier angerichtet hat, er darf nicht losgelassen werden auf das Bildungssystem für ganz Österreich. Und daraus geben sich zwei konkrete Forderungen und auch Konsequenzen. Und zwar erstens, wir werden wieder einen Misstrauensantrag einbringen in der nächsten Sitzung gegen Christoph Wiederkehr. Ich gehe davon aus, dass die ÖVP Wien uns auch bei diesem Misstrauensantrag unterstützen wird. Denn die Situation vom damaligen Misstrauensantrag 2023 hat sich zum jetzigen Misstrauensantrag ja nicht geändert. Im Gegenteil, es hat sich auch noch verschlechtert. Und ich fordere ÖVP-Obmann Karl Mara auf, innerhalb der nächsten 24 Stunden Klartext zu reden, dass er einer Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene nicht zustimmen wird, die einen Bildungsminister Christoph Wiederkehr vorsieht. Denn es kann ja eben, wie eingangs auch erwähnt, nicht sein, dass Karl Mara in seinen Gremien einem Bildungsminister Wiederkehr zustimmt, den er bereits vor über einem Jahr in Wien als Stadtrat das Misstrauen ausgesprochen hat. Das heißt, diese zwei Punkte werden zur Nagelprobe der ÖVP. Wir werden auch den Antrag auf dieses Wiener Sprachscreening stellen in der nächsten Gemeinderatssitzung, wo wir dann auch sehen werden, ob Bürgermeister Ludwig die Zukunft der Kinder in unserer Stadt auch etwas ihm am Herzen liegt oder nicht. Und wir werden ganz genau beobachten, ob er diesem Antrag zustimmt, um die Kinder wieder bildungsfit zu machen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und darf jetzt weiter für weitere Ausführungen unseren Klubobmann Maximilian Kraus übergeben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Christoph Wiederkehr hat nach zehn Jahren rot-grüner Bildungspolitik in Wien ein Pleiten-, Pech- und Pannen-Ressort übernommen, in dem man eigentlich die Dinge nur besser hätte machen können und besser hätte machen müssen. Tatsächlich haben die NEOS in Wien mit Stadtrat Wiederkehr jedoch dafür gesorgt, dass sich die Situation im Bildungsbereich weiter dramatisch verschärft hat und sich das ohnehin schwache Niveau an den Wiener Schulen noch weiter nach unten begeben hat. Und als er vor vier Jahren, 2020, sein Ressort angetreten hat, hat er viele Versprechungen gegeben und alles hat damals auch damit begonnen, dass er zur damaligen Corona-Zeit gesagt hat, mit ihm als Bildungsstadtrat werden die Wiener Schulen geöffnet bleiben, werden die Wiener Kinder in Wien nicht eingesperrt werden. Kaum im Amt ist genau das Gegenteil passiert. Kaum im Amt ist er umgefallen und hat die SPÖ-Lockdown-Politik zu 100 Prozent auch an unseren Schulen fortgeführt und durchgesetzt und war am Ende dafür höchstpersönlich verantwortlich, dass Wien die allermeisten Schulschließungstage in ganz Österreich zu verzeichnen hatte. Er hat damit gleich zu Beginn total versagt und er hat sich dafür auch verantwortlich gemacht, dass in der Folge schwere Konsequenzen für die Kinder in dieser Stadt daraus abgeleitet werden mussten. Und so sehen wir ja auch bis heute, dass die Wiener Kinderpsychiatrien überlastet sind, dass es zu wenig Kinderpsychologen in Wien gibt und dass viele Schüler noch immer an den Spätfolgen dieses Monate- und Jahrelangen eingesperrtseins während der Corona-Zeit massiv leiden. Er ist auch höchstpersönlich dafür verantwortlich, dass es bis heute einen massiven Lehrermangel in Wien gibt und die Pflichtschulen zeichnen sich aus dadurch, dass der Bildungsstaatrat und die Bildungsdirektion dafür verantwortlich sind. Wöchentlich kündigen, obwohl es bereits einen Missstand und einen Lehrermangel gibt, 25 Lehrer an Wiens Schulen unter der Ressortverantwortung von Christoph Wiederkehr. Gründe für diesen Lehrermangel sind vielfältig. Einerseits natürlich schlechte Arbeitsbedingungen, weil in Wien gewalttätige Zustände in unseren Schulen herrschen, weil es in Wien den höchsten Anteil an Kindern mit nicht deutscher Muttersprache gibt und weil es natürlich auch überfüllte Klassen und zu schlechte Entlohnung gibt. Bei all diesen Problemen hat Christoph Wiederkehr nicht nur nicht gegengesteuert, sondern er hat sie auch noch weiter verschärft. Und dieser Personalmangel, den gibt es eben nicht nur im Pflichtschulwesen, nein, der beginnt auch schon früher, der beginnt beim elementarpädagogischen Personal in den Kindergärten. Auch hier gibt es 740 unbesetzte Stellen, ein absoluter Negativrekord. So viele Kindergartenpädagogen haben in Wien noch nie gefehlt. Und das, was nachbesetzt wird, dort wo nachbesetzt wird, dort ist das oftmals nicht richtig ausgebildetes Kindergartenpersonal, sondern nur noch Assistenten, die auch in vielen Fällen über ein nicht ausreichendes Deutschniveau verfügen und damit als Personen die Kinder, die dann oftmals auch nicht gut Deutsch sprechen, Deutsch vermitteln sollen, völlig ungeeignet sind. Ebenfalls ein Problem ist natürlich auch die Abwerbung nach Niederösterreich, weil es auch dort ähnlich wie bei den Lehrern auch in den Kindergärten ein angenehmeres Betreuungsumfeld gibt, in vielen Fällen eine bessere Entlohnung gibt und hier die rot-pinke Stadtregierung auch nicht gegengesteuert hat gegen eine absehbare hohe Pensionierungswelle und am Ende dann die Kinder in den Wiener Kindergärten die Leidtragenden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was hat der Herr Wiederkehr getan, um gegenzusteuern? Nicht viel. Er hat bekannt gegeben, eine Idee, die Gott sei Dank nicht umgesetzt wurde, dass er die Volksschule noch um ein Jahr verlängern möchte, um hier sein Versagen noch länger vertuschen zu können. Und er hat gesagt, am besten wir schaffen den Religionsunterricht auch gleich mit ab und hat damit natürlich auch einen Kniefall vor dem politischen Islam, den es ja in Wien unter dem Bürgermeister Ludwig Leiter in vielen Bereichen gibt, auch hier begangen. Ein weiteres großes Problem, das unser Bildungssystem in den vergangenen Jahren an den Rand des Desasters geführt hat, ist der Familiennachzug in erster Linie aus Syrien, wo monatlich hunderte Schüler in Wien neu eingeschult werden mussten, die kein Wort Deutsch konnten, die überhaupt nicht dazu in der Lage und bereit waren, dem Unterricht folgen zu können und hier unser Niveau natürlich weiter nach unten nivellieren. Vom Herrn Wiederkehr hat man kein Wort dazu gehört, außer dass er gesagt hat, na dann werden wir halt vielleicht noch mehr Containerklassen aufsperren müssen und die Kinder, was sollen wir denn tun, wir müssen den Familiennachzug weiter fördern. Die NEOS sind ja auch auf Bundesebene weiter politisch dafür, was natürlich dann in der Kettenreaktion unserer Schulen vor weitere große Probleme stellt. Auch die Sicherheit an den Schulen ist massiv weiter gesunken. Die Gewalt nimmt zu. Es gibt viele Vorfälle, es gibt viele Anzeigen, es gibt multikulturelle Konflikte, die ja auch in der Vergangenheit bereits von einer SPÖ-Gewerkschafterin, von der Frau Wiesinger in einem eigenen Buch angesprochen wurden. Jetzt hat auch ein anderer Gewerkschafter, der der ÖVP nahesteht, daher klar ein Buch geschrieben, das im Wesentlichen ähnliche Problemfelder anspricht. Man sieht also, manche bei SPÖ und ÖVP erkennen die Probleme. Tatsächlich sind wir Freiheitlichen jedoch die Einzigen, die echte Lösungen anbieten und diese Lösungen auch einfordern, wie verpflichtend Deutsch als Umgangssprache an Schulen, wie mehr Schulsuspendierungen für gewalttätige Schüler, wie Bootcamps für renitente Schüler, wie auch mehr Polizeipräsenz an Schulen, wenn notwendig, sowie auch die absolute Einforderung von einer Integrationsleistung, die natürlich eine Bringschuld ist und nicht immer nur ein weiteres Zugehen und Aufweicheln und Verhätscheln von Menschen, die sich hier auch an unseren Schulen nicht integrieren wollen. Damit Sie auch sehen, dass das keine Hetze ist, wie uns ja oft vorgeworfen wird, oder Panikmache oder ein Schlechtreden, ein paar nackte Zahlen. Im Jahr 2023, also im vergangenen Jahr, wurden 1932 Delikte an Wiens Schulen angezeigt. Das ist eine Verdoppelung seit dem Jahr 2021. Also in einem Jahr hat man sich verdoppelt bei den Delikten. Und wenn man dann weiß, dass vieles an den Schulen, was eigentlich angezeigt werden müsste, dann oftmals noch aus laissez-faire oder aus letzter Chance nicht angezeigt wird, dann ist die Dunkelziffer natürlich noch viel höher anzusetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es bereits angesprochen, auch im Migrationsbereich, wo Christoph Wiederkehr natürlich Ressortverantwortung hat, steht in Wien vieles im Argen. Über 50 Prozent der Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler geben an, Deutsch nicht als Umgangssprache zu verwenden. Das Ergebnis ist die höchste Jugendarbeitslosigkeit in Wien. Das Ergebnis sind riesige Probleme im Integrationsbereich. Und ein Ressortverantwortlicher Vizebürgermeister, der wegschaut, der die Probleme leugnet oder und nicht ernst nimmt. Was hat er dafür im Bildungsbereich getan? Er hat den ehemaligen NEOS-Gründer, den Herrn Matthias Strolz, mit einem hochdotierten Beratervertrag im letzten Jahr versorgt. 30.000 Euro wurden hier abkassiert für ein Zentrum für Bildungsinnovation. Also wenn man dem Herrn Wiederkehr eines nicht vorwerfen kann, dann, dass er nicht von der SPÖ gelernt hat, was Freunderwirtschaft und was Abkassieren für Parteigänger angeht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, es ist eine Bilanz des Schreckens. Es ist eine Bilanz, wo er in all seinen Zuständigkeiten im Kindergarten, in der Volksschule, in den Pflichtschulen dafür gesorgt hat, dass die ohnehin schlechten Zustände noch schlechter geworden sind. Jemand wie der Herr Wiederkehr oder allgemein jemand wie die NEOS, die eine derart katastrophale Bilanz im Bildungsbereich zu verzeichnen haben, sind keinesfalls geeignet. Die großen Probleme, die sich auch bildungspolitisch auf Bundesebene stellen, in den kommenden Jahren zu lösen. Sondern im Gegenteil, solche Herrschaften muss man fernhalten von wichtigen Entscheidungen. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Bitteschön. Kann ich Ihnen gerne erklären. Wir sehen das so als Beispiel genauso beim Modell der Schulreifeprüfung, wo auch dann die Kinder an Schulen gehen und dann kontrolliert werden, ob die Schulreife erreicht wird. Das Gleiche auch in Koordination mit der Bildungsdirektion Wien, selbstverständlich, würde dann auch passieren im Alter von drei Jahren, wo dann eben kontrolliert wird, ob ausreichend Deutsch gesprochen wird oder nicht. Und ob Gefahr herrscht, dass das auch nicht mehr nachgeholt werden kann und man somit in einen Deutschkurs dann verpflichtend gemeinsam mit den Eltern gehen muss. Warum gemeinsam mit den Eltern? Weil es eben oft daran hakt, dass die Eltern auch zu wenig Deutsch sprechen. Zu Hause, warum? Weil sie es zu wenig können und daher nicht als Umgangssprache wählen. Es würde jedes Kind geprüft werden. Wenn es natürlich internationale Organisationen sind, aber ich sage Ihnen eines, das ist vielleicht ein Promillebereich, die dann an englischsprachige Schulen gehen oder dann auch in zwei, drei Jahren auch das Land wieder verlassen, gibt es sicher auch geeignete Maßnahmen, das abzufedern. Aber wie gesagt, der Großteil, dem betrifft das natürlich nicht. Perfekt. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke fürs Kommen und noch einen schönen Tag.